Ich bin fast gestorben. Mirko! Mirko! Mirko, wir waren zu zweit, Robin. Das macht dann 500.000 für jeden. Ach nee, wir haben nicht eingeschlagen. Drecksack. Ich schlag gleich mal ein. Habt ihr schon mal nen nackten Mann in die Tasche gelangt? Ja, da hab ich was ganz Schlimmes gefunden. Da kommt ne Schlange euch hingegen. Oh ja. Das hab ich schon gestern bei Jimmy gemerkt. Ach Gott. Achso. Mirko, was ist los? Du machst das schon wieder. Oh mein Herz. Du kannst mal ein Bild machen für die Fahrer. Beweisfoto. Warte, warte, warte. Nein, ich muss mal verlaufen. Ich kann nicht schicken. Oh, aber ohne Knarre, warte. Ich komm mit, ich zieh durch. Warte, ich schick das mit Geld. So komm, jetzt. Du hast jetzt Zeit. Kein Stress, die Freunde sind schon mal oben. Ah, jetzt. Perfekt. Perfekt. Verzicht er bei mir im Boden. Ist egal. Wir nehmen das jetzt zurück. Ja, hier ist ein bisschen Sand. Ja, genau. So ist es gut. Ja. Mach mal CPR jetzt. Ey, du sollst mich nicht bepummen. Das ist einfach meine Frau. Die Schlange ist zu lang für dich. Musst du jetzt? Warum stehe ich auch? Doch, das ist auf der falsche Seite. Ich dachte, das ist halt von einer anderen Seite. Ich schieb sie. Okay. Ja. So. Ja, das reicht. Okay. Ich schick das mit Geld. Okay. Komm. So, jetzt komm. Ein bisschen zügiger. Die warten bestimmt schon. Okay. Nicht da oben rumfallen. Danger, Danger. Weißt du was er geschrieben hat? Hä? Lass ihn einfach liegen. Dritt sich fest. Er ist nicht im Dienst. Uh. Das ist ein Arsch. Das ist ein Arsch. Das ist ein Arsch, ja. Beschwerde geht raus. Geil, geil, geil. Wow. So, hier sind wir. Wir haben es geschafft. Ja. Oh Gott. Jetzt ein Gruppenfoto. Warte. Ups. Juri, stell dich auf die andere Seite mit der Fackel. Warte. Musst du in die Mitte nochmal? In die Mitte? Ja. Ich mag kein Sandwich. Dann ist das aber ein ziemlich großes Sandwich. Doch. Jetzt einmal jemand mit der Kamera. Mit der Drohne. Hä? Ein Bild. Für Pickelkram. Machst du das, Schatz? Jawohl. Aber ein Herzchen für die Gruppe habe ich noch gemacht. Sehr gut. Kann ich das Herzchen auch? Na klar. Wie geht denn das? Hardhands. Es gibt hier leider keine Fallschirme. Das ist das Problem. Lassen wir dann mal. Habt ihr da eigentlich schon mal getestet, ob es Fallschirme gibt? Ne. Oh wow. Guck mal. Ah, es gibt keine. Jetzt musst du auch. Ne, das ist da nicht passend im Bild. Reichen zwei, das machen wir. Hier braucht man Alkohol, du. Dann lädst du dann die Bilder gleich hoch, ja? Ja. Ja. Feralf, nimm mal die F-Torch zwei. Am besten Cortis markieren. Und drunter schreiben, der Alki hat wieder Alkohol. Genau. Und dann poste ich später noch ein Bild, wie ich Auto fahre. Okay. Er hat mich damals aufgehalten, weil ich bis auf dem Auto gefahren bin. Ja. Fertig? Ihr seid erlöst. Alles klar. Alles gut. Ich wusste, dass hier das wird lustig. Brauchst du ein paar Wannen? Nein. Okay. Äh, ja, ja, ja. Hast du auch schon was gekostet, Schatz? Boah, ich bin schneller. Hopp langsam, langsam, ey! Ja, ich bin auch runtergefallen. Ja. Ich war jetzt kritisch, aber jetzt kann ich irgendwie tief ins Krankenhaus. Profi, Profi-Runde. Alles klar? Wirklich? Alles klar, Vollgas. Oh! 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 Aua! Aua! Mein Vater! Oh Gott! Da ist er wieder! Hallo! Er kommt wieder runter! Er kommt wieder runter! Oh! Wir landen! Als ob! Nein! Hat er den jetzt rausgelassen? Vielleicht! Es ist zu schwierig, oder? Ah Miguel! Und du warst nicht im Dienst! Das wäre so gut geworden! Ich hätte so den Kopf zerbrechen müssen, wie du uns hier retten kannst! Ja, ich lieg hier! Hallo! Hallo! Jo! Ich würde sagen, wenn er eine Zinnigste Person unterkommt! Er fliegt weg, oder? Nee! 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 Ist ja cool. Ich fahre wirklich nur auf die nächste Person. Ich weiß nicht, was die machen. Ob die uns suchen oder so. Ja, Louis. Ach, der sucht uns glaube ich noch. Kann es sein, dass er uns vielleicht nicht sieht und uns immer noch sucht. So viel zu dem Thema. Ah, heute bleiben wir nicht lange. Nein. Hallo, die Fahrer, einmal die Augen aufmachen. Ja, hallo. Wie geht's denn gerade? War nicht überhaupt nicht gut. Okay. Was ist passiert? Ja, wir waren wandern. War abgerutscht? Anscheinend. Also ich glaube, wir wollten irgendwie eine Abkürzung nehmen und die war wohl doch zu steil und jetzt... Okay. Bleiben Sie mal kurz liegen. Ich kümmer mich mal mit Ihren Kollegen. Ja. Holy shit. Das Lustigste ist ja, meine Frau ist halt wirklich auch abgestürzt. Ach, ist der auch tot? Das ist doch alles. Ist der auch tot? Oh Gott. Ich kümmer mich mal, ob das Riechshat seine Wirkung wieder einfaltet. Ja. Das ist aber ein guter Junge, den müssen sie retten. Das kriegen wir schon hin. Hallo, die Fahrer, Augen aufmachen. Mal ruhig liegen bleiben. Oh, mein Bus. Ihr Bus tut ihm weh. Ja. Okay. Nicht erschrecken, Sie kriegen mal von mir so eine wunderschöne Halskrause dran. Ja. Ist richtig. Wo sind wir? Wir sind gerade am Mount Chiliad. Wie geht's meiner Frau? Ihre Frau? Ist die auch heute dabei? Wie geht's weiter, Frau? Die war direkt hinter mir und dann weiß ich nichts mehr. Meine Frau war auch dabei. Manni, laut Aussage von den beiden sind noch zwei weibliche Patientinnen vermisst. Ja, und noch ein junger Mann. Wir waren so sechst, fünft. Und ein Herr. Fünf Personen insgesamt. Ich weiß auch nicht, ob die auch... Nein, sechs Personen. Entschuldigung, wir waren sechs. Sechs Personen. Drei Frauen und drei Männer. Ei, ei, ei. Ihre Frauen haben anscheinend angerufen. Ah, okay. Ja, geht's dir gut, Gott sei Dank. Ja. Wir kriegen auch von mir einmal eine Halskrause an. Ja. Jawohl. Ich glaube, da war ein Erdrutsch und dann sind wir runtergepurzelt. Ja. Okay, dann die beiden bitte abhol... sind beide abholbereit. Ich habe so Rippenschmerzen... Kopfschmerzen. Kann nicht mehr. Du bist schuld. Was? Ich habe dir gesagt, lass uns den sicheren Weg nehmen. Du hast gesagt... Du wolltest unbedingt die Klippung betrachten. Gar nicht. Du hast gesagt... Ich habe gesagt, lass uns den Wanderweg nehmen. Ja. Ich bin dir... Wäre ich beinahe draufgegangen. Vielleicht gehe ich noch drauf. Ich habe so Rippenschmerzen. Ach, dieser scheiß Erdrutsch. Du hast nur mal runtergefallen, bist du aus die Steine und das mit mir rausgelöst. Du hast angefangen und ich bin mit reingekommen. Ich habe dich sogar überholt. Und dann auf einmal bin ich aufgeschlagen. Ich helfe Ihnen einmal zum Helikopter. Ja. Ich helfe Ihnen einmal schnell rüber. Das ist dann neben Sie als erstes. Jawohl. Okay. Ich helfe Ihnen einmal rüber. Ja. Das sind jetzt bloß ein paar Meter. Ah. Aua. Ah. Dass ich das überlebe. Ich hoffe. Einmal hier auf den Kranken. Äh. Ja. Guten Tag. Hallo. Ich war da. Ja. Wir sind uns in der Rettung. Das stimmt. Ja. Dann sind wir da. Ja. Wir haben uns einfach nicht dran geglaubt, dass wir das hinkriegen. Ja. Ich hoffe, ich überlebe das noch. Nicht, dass ich unsere Verletzungen habe und dann noch erleke. Ja. So. Ah. Manni, setz mich unten am Auto ab. Dann fahre ich zu der nächsten. Wer hast du noch eingefallen? Noch jemand verletzt. Du siehst den Punkt, ne? Oh Gott. Ja. Wer ist verletzt? Ich versuche mein Bestes. Könnte klappen. Das könnte klappen. Aber wer ist verletzt? Ich glaube, wir haben uns zweite Hochschau. Oh Gott, hoffentlich nicht unsere Frauen. Ich habe dir gesagt, sie sollen den Wanderweg gehen. Oder setz mich mal hier oben, hier rechts an dem Plateau. Da ist ein Auto. Ja, das gehört zu uns. Okay. Wo hier rechts? Warte mal. Ach, da ist ein Berglöwe da unten. Shit. Warte mal, gib mir mal eine Sekunde. Schauen wir mal, ob ich was mit der Cam sehe. Ah. Äh. Okay, setz mich unten am Auto ab. Die wird wahrscheinlich auch weiter runtergeruscht sein, weil da, wo die Meldung herkommt, da ist es ziemlich steil. Ja. Da, nee. Oh Gott sei Dank haben sie uns gefunden. Ja, das war ein Berglöwe. Ah, scheiße. Hast du ein Messer dabei? Nee. Und PD ist auch keiner mehr da, oder? Wo ist der Löwe? Der rutscht ja gerade über die grünen Fläche runter. Du brauchst so Tayoko anzurufen. Vielleicht kann der kommen. Ja. Dann geht der auf zum Pannenhaus und dann wieder herkommen, bitte. Äh. Nie wieder geh, ich wandern. Nie wieder. Ach, ich auch. Ja, der Machilier ist schon sehr kritisch, weil da haben wir halt nur sehr eingeschränkt. Ja, wir waren so schön hochgelaufen, alles lief gut und dann beim Runterlaufen dann Erdrutsch. Ja, ich habe eigentlich gemeint, dass ich gestolpert bin, aber ich kann mich eigentlich an nichts mehr erinnern, so wirklich. Und ich habe so Schmerzen. Das glaube ich Ihnen. Und schuldig ist der Kollege gegenüber. Ah. Oh, was? Ich habe dir gesagt, wie langsam, und dann kam der Erdrutsch. Du bist als erstes gerutschlittert. Ja. Ich habe dir gesagt, zieh dir Wanderschuhe an. Wegen deinen Sportschuhen sind wir vom Berg gerutscht. Ja, wollen Sie zuerst die guten Nachrichten oder die schlechten Nachrichten hören? Ja, die schlechte. Ähm. Es gibt gerade keinen Arzt, der... Was machen kann. Oh Gott, das ist nicht gut. Ja, äh, ich werde es gleich auf die Station legen, dann schaue ich mir das Mindestüberleben erst mal. Und dann muss ich noch mal zum Kollegen, weil das sind wahrscheinlich noch mehr. Noch mehr? Sind die alle du? Ja, die gute Nachricht. Oh Gott. Oder verletzt. Die gute Nachricht ist, äh, die Damen haben uns angerufen, die zwei. Okay. Das heißt, denen wird es wahrscheinlich noch gut gehen. War Zeit dann. Ja. Und sie leben noch. Okay. Also, sie beiden, ne? Ja. Ja. Juri ist nicht so wichtig wie Frauen. Das stimmt. Das ist auf den Weg. Gut. Ja. Dann gehen wir einmal, dürfen sie wieder aussteigen, gehen wir einmal um schnell runter. Beide? Ja. Okay. Oh. Gott. Oh, meine Brust. Oh. Ich kann kaum atmen, haben sie irgendwie Morphium oder so. Er kann unten gleich was kriegen. Ja, ich schau's unten gleich. Und ich brauche eine Salbe für die Blase an den Füßen. Ich hab's dir gesagt. Guck sie sich in den Wanderschuhe weg an. Nur hast du mir keine Zeit gegeben, dass ich mir Wanderschuhe kaufen kann. Du hast gesagt, jetzt müssen wir los. Wegen ihm hatten wir einen Erdrutsch. Ich sag's Ihnen. Ja. Mit dir geh ich nie wieder wandern. Ach. Ach. Ja, jetzt müssen wir nur kurz gucken, welcher Aufzug der richtige ist. Aber ich bin froh, dass ich nicht auf den Kopf gefallen bin. Der funktioniert nicht. Also ich hab auch nur Brustschmerzen. Ja, Brust, Rücken, Kopf, der geht, ne? Ja, müssen wir kurz gucken, wo wir an den ersten Stock runterkommen. Ja. Ah. Direkt der richtige. Perfekt. Gut. Oh. So, einer darf in das Zimmer rein und einer darf in das Zimmer da links rein. Ich geh links, ich geh links. Oh. Ach, in dem, okay. Das andere da ist abgesperrt. Ja. Ah. Ja. Ist okay, wir haben jetzt keine freien Zimmer mehr, ne? Das ist jetzt jedes Zimmer belegt mit Leuten, die noch behandelt werden dürfen. Da dürfen sie sich einmal hinlegen, einmal alles, ich hab ihn mal ausgedehnt von allem. Ja. Da rein, hä? Der zieht sich halt aus. So. Oh, ich danke dir. Oh. Jetzt besser. Ähm, probieren sie mal die Nummer drei aus. Okay. Nein. Äh, jetzt muss ich gerade selber überlegen, wir ist das, legen sie sich einfach so hin, dass sie sich gut liegen. Okay. Äh, ja, bei ihnen tut alles weh, ja? Ich seh's. Ja. Der Kopf ist eigentlich nicht so schlimm wie die Brust, also wirklich, beim Reden drückt sich so die Schluft ab. Also, es tut gar nichts mehr bluten, da ist so viel Dreck drin. Okay. Aber ich lege ihn auf jeden Fall schon mal schnell in den Zugang, dann kriegst du da schon mal die Schmerzmittel drin, oder? Wer liegt denn da hinkst? Äh, Mirko. Äh. Okay. Dann hängen wir hier einmal die Infusion auf. Ich glaube, ist denn auch gut. Dann kriegen wir das einmal schon mal ein Schmerzmittelchen. Mensch. Da wird es wahrscheinlich auch ganz schön übel werden, das ist eine starke Dosierung. Okay. Gut, dann machen wir noch schnell hier, äh, die Blutdruckmanschette und Fingerclips dran. Ja. Können wir ihre Werte ein bisschen überwachen. Also, guck mal, ob meine Frau noch redet. Gut, bin gleich wieder bei Ihnen. Ja. So. Alter, wer jetzt nicht auf den Boden geklatscht hat. Ich hab nur irgendwo klatschen gehört. Oh, Gott. Der Biss jetzt schlecht. Danke. Ohne E oder mit E? Mit E wahrscheinlich, ne? Ja. Nee. Oder ohne? Nee. Ja, ich wusste schon mal, welches das ist. Aber bei dem alten, äh, Emote-Menü noch. Ich kann auch einfach relaxen, hier, man. Ja. Ist besser als gar nix. Aber echt gute Leistung, holy shit. Also, ich hab echt gemeint, die brechen gleich ab. Aber die haben ja echt ewig probiert, um alles möglich zu machen, ne? Geil. Ah, ich bin froh, dass es meiner Frau gut geht. Ja. Ah. Es ist schalt schon... Warum wird das immer gepixelt? Ich check's nicht. Ja. Ich glaub, wegen diesem scheiß Abwehrmodus. Ich deaktivier jetzt den Kack mal. Versuch's nochmal, Miguel. Ich freu mich, wie so, was dieser Abwehrmodus bringen soll. Geht das wieder los, ne? Aber der BC hat sich wieder beruhigt, seitdem ich die Klappe aufgemacht hab. Holy shit. Das ist schon mal sehr gut. Ja, mach mal. Ich weiß ja bloß wieder nicht, wie ich das hinbekomme. Das ist der Kack hier im Stream mit dem Overlay nicht... Jetzt it. Ich komm mit dir. Trotzdem nicht du hast. Die Wolken da unten bei GTA 5 und so. Die sollten sich eigentlich so smooth bewegen, aber irgendwie... Erstmal, wenn ich ins Spiel rausgehe, funktioniert's. Geh ich rein. Kacke. Na, na. Auf jetzt. Scheiße. Nee, du. Ich komm nie wieder, wenn du so ein Problem hast. Nie wieder. Ach, nee, sag's euch. Nee, jetzt. Ja, dann bleibt das Licht. Ja, schon lange kein mehr dicker P mehr gehabt, Mensch. Nee, es wird trotzdem gesperrt. Was kommt denn da angeblich schlimm ist drin vor? Es ist... Ich verzweifle manchmal dran, wirklich. Ist ja auch so... Das Problem ist, normalerweise konnte ich das immer bei... Bei dem Graded Dashboard normalerweise konnte ich das rausfiltern. Ja, so war es. Ich kann's leider nicht ziehen. Warten das jetzt nochmal. Ich bin so blöd, das zu schreiben, ne? Ich hab das doch vorhin genauso geschrieben, aber da hat er mich nicht so hingelegt. Normalerweise. Aber ist jetzt nicht so schlimm. Er ist auch dreistisch auf jeden Fall schon gewesen, bloß hab ich mich vielleicht verschrieben. So. Okay, sind die Schmerzen schon mal besser geworden? Ein bisschen haben wir jetzt schlecht. Ja, das muss er. Ich geb ihn einmal noch was gegen die Übelkeit. Hab ich mir grad noch kurz was da an, um andere zu mitgenommen. Ja. So. Dann wird das ein bisschen besser. Okay. Auf jeden Fall, was man sehen kann, Schirrfwunden haben sie quasi am ganzen Körper, ne? Ähm, die müssen intensiv gereinigt werden. Okay. Es blutet soweit nix. Ja. Ja, es gibt noch zwei andere Herren, die hier schon eine Dreiviertelstunde dran warten, dass ein Arzt auch so drauf schaut. Ja. Ich komm mich schnell an ihren Kollegen, dass es dem soweit gut geht. Dann kümmere ich mich um die beiden anderen, dass sie hier rauskommen. Und dann bin ich ganz für euch beide da. Okay. Wissen Sie, wie es mir an einer Frau geht? Sie haben ja gesagt, Sie haben überlebt, aber... Also ich hab jetzt zwei Damen telefoniert. Okay. Mehr kann ich Ihnen dazu nicht sagen. Okay. Aber der, wo er anscheinend noch einen Rudel abgesetzt hat, den konnten sie aber retten, ja? Äh, ich glaube ja, ja. Okay, okay. Patient Ralf König, hallo? Ja. Ah. Äh, ja. Hast du dich jetzt schon unter das Bett gelegt, oder wie? Ey Mirko, das war doch eine tolle Wanderrunde. Ja, ich hab schon seit halb Zeit. Der Aufstieg war gut. Der Aufstieg nur nicht mehr so. Ich wollte nur hinter dir her, Juri. Ja, ich weiß, hab ich gemerkt. Was ist passiert? Du konntest aber dann nicht mehr bremsen. Ja, ich bin mit meinem Pickup hochgefahren. Ich wollte den Frauen helfen, weil man davor hat gesagt, sie ist abgerutscht und sie stecken irgendwo fest. Ja, das Problem ist nur, ich wollte dann irgendwie zu denen kommen und bin selber abgerutscht. Okay. Ich wollte dann gucken, wo Juri ist, damit ich den holen kann und bin dann abgerutscht. Und, aber Jeff hat uns dann gerettet. Ja, Jeff kam dann mit dem Hubschrauber. Okay. Der fliegt anscheinend ein bisschen besser, wie die Leute von der Pfarrer. Ich hab so Schmerzen. Wir müssen Jeff dann eine Packung Pralinen kaufen. Alles klar. Ich kaufe ihm Verlobungsring. Oder so. Aber euch ist nichts weiter passiert? Das geht. Mein Arm hat den Sturz abgefedert am Felsbrücken. Ah, okay. Ja, ich bin irgendwie gestolpert anscheinend, dann muss ich an, hat laut Ralf während erdrutscht passiert und ich weiß nur, dass ich dann im Fliege noch an Ralf vorbei und dann auf einmal muss ich wohl aufkommen sein und dann weiß ich nichts mehr. Ach, scheiße. Ja. Also ich weiß, ich hab Ralf überholt und dann, ach. Das muss ein guter Abgang gewesen sein. Das glaube ich. Warum sind wir überhaupt wandern gegangen? Ach, das Wandern war doch schön. Laut Ralf. Also ich hatte vor den Bärglöwen Angst. Bärglöwen? Ach, mit denen war ein kurzer Prozess. Ja, okay. Wie geht's, Ralf? Weiß ich nicht, soweit ganz gut. Ich kann ja mal fragen. Er jammert, also kann es ihm gut gehen. Er hat gesagt gehabt, seine Frau Lea hat gemeint gehabt, sie sollen ihn richtig mit Morphium verpuppen. Er ist immer so eine kleine Muschi. Er jammert ja auch nur. Ich hab ihn schon gehört. Also Schmerzmittel hilft bei mir auf jeden Fall. Ja, zum Glück bin ich nicht mit dem Kopf aufgekommen. Also nicht so arg. Ich hab da natürlich Schürfwunden. Ich kann nicht sagen, du. Wird schon. Ja, auf jeden Fall. Ich bin ein eiserner Stein. Ein oder andere Narbe. Mir ist auch schon egal. Ich wollte es gerade sagen, ja. Dabei dachte ich eigentlich, das Gefährlichste sind die Berglöwe bei der Wandertur. Weil dachte ich auch. Ne, das war Ralf. Das war dann der Berg. Ja. Ja, Ralf hat er nur gemeint, nehmen wir die Abkürzung. Okay. Ach du Scheiße. Ja, der wollte mich bestimmt auch einholen. Ja. Ja, hat er gesehen, was er davon hat. Ah. Ich hab dich gewusst, dass es... Ich hab's zwar gesehen, aber ich dachte, wir schaffen das. Aber ich meine, okay, ich hatte auch nicht die perfekten Schuhe an. Das stimmt schon. Ne, will ich nicht. Ich will bei meinem Mann bleiben, bitte. Ja, mit Jeff. Ich will das Auto rausholen. Wir sind oben mit dem Heli gelandet. Oh, Leck. Er ist der Weiß. Er ist der Weiß. Er ist der Weiß. Er ist der Weiß. Wie leise, wenn du mit deinem Sportschuh wandern gehst. Sag der, der muss selber abgeschürzt ist. wird man da schon ich rufe in europa einfach wand am hut an immer noch und ist erst mal weiter geflogen aber dir geht es gut ja jetzt wieder okay du wirst dich in der serie ja ich bin interview hier gefallen dann einmal mal kurz den berg runter gerutscht wird jetzt schon das krankenhaus ein will überleben okay aber chef hat uns angeholt ja der fiss halt sind erlebnisse mit wahren freunden teils ja johiel des priorität im ergebung nix mensch ich habe angst das krankenhaus einstürze sind so komische geräusche hier ich bin nicht vom bett das war eigentlich nicht mein plan sie sind einfach gut sie aufgetaubt wie so ein geist ich habe sie gar nicht gesehen das war jetzt nicht sehr schmerzhaft ich muss jetzt einmal die ganzen unten desinfizieren oh nein oh ja oh ja ein mann oder bist du ein schnitzel ich bin ein schnitzel sagen wir doch an ja an mir ist auch gar nix dran das schnitzel rausschneiden was sollen daraus werden ja eben ich bin ja unter den umständen kann ich leider nicht arbeiten dann gehe ich jetzt wieder nein wir müssen hier bleiben sie müssen wieder auch retten ja alles gut also ich würde jetzt brennen auch mit schmerzmitteln ok ich fang ich nehme jetzt erst noch ein notruf entgegen ja notrufeuer und ratungsdienst wo ist der notfallort richtung 80 ja was ist da passiert jetzt mittlerweile die leute besser vom team speak weil alles klar ich schaue dass ich jemanden vorbeischickt vorher war das ja immer so leicht jetzt habe ich es ein bisschen höher gedreht oder sind sie jetzt zu laut ja ja das ist doch da war ganz schön was zu tun heute ja ob er einfach auch so ein schnitzel liest ja ja Martin gehen den wo ich hergekommen bin den hast du am lautesten jemanden hören ja mich nicht nein ja ich schneide mich auch mit messer in den winger und jammer nicht nur ich jammer nur dass ich mir damit dass ich die arbeit verlassen darf ja ja das ist eine alte arbeit jetzt kann ich mich nicht mehr so schneiden jetzt kann ich mich an glas schneiden nicht mehr messer ja dann wieder früher nach hause gehen ja aber es ist eine gute oder schlechte nachricht zu erfahren ja ja werde ich nie vergessen ja ich auch nicht emergency service äh jetzt das licht ist hier so grell natürlich wie beim zahnarzt ja das stimmt ich weiß ja nicht ob ich da das nächste mal mit wandern gehen will ja doch wir müssen nochmal müssen vielleicht kriege ich dadurch das gedächtnis ein bisschen wieder wie das passiert ist um das wieder zu verhindern aber vielleicht kann ich mich auch überhaupt nicht mehr dran erinnern vielleicht kann ich mich jetzt und auf einmal wird es auch ausgelöscht weiss man ja nicht wer kommt denn da jetzt im anzug weiß ich nicht wir laufen leute rum du wo ist jetzt mein arzt hier der arzt für alle nochmal so nebenbei ja könig hat nie so eine priorität wie ich gab da jetzt etwas anderes ja 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 also muss er noch warten okay jetzt gibt es ja auch schon hupen hörst du das auch ja mach mir langsam sorgen ich dachte schon ich höre gespenster oder so dass mein gehörs langsam auch den geist aufgibt nein und schau mal die narbe bei meinem brust an unten drunter siehst du das ja ja jetzt habe ich noch eine narbe mehr an meiner haut körper und komischerweise hat michael noch geschrieben ist aber irgendwie nicht ihr zumindest habe ich noch nicht gesehen ich dachte wenigstens er rettet uns vielleicht ist er gerade bei dem der angerufen hat das kann sein aber ich habe ihn schon ich habe ihn geschrieben dass ich hier liege nur so für mich eben war es noch ein arzt jetzt ist ein ärztin ist das richtig ja das ist korrekt also ich frage jetzt ungern leider habe ich irgendwie was mit meiner brille irgendwie habe ich was von meiner brille irgendwie sind sie bei mir gar nicht vorhanden okay wir warten sie mal ja perfekt ja wer redet denn mit mir da da ist ja gar keiner ich lege mich mal so hin ein wunderschönen erst mal hallo so mein kollege hat mich nur ganz kurz beiläufig eben auf den laufenden stand gebracht ich bin mal eben kurz hierher geutscht ja ähm ich stelle mich einmal vor dr freya cortis stellvertretende first aid and rescue station leiterin wie kann ich helfen ja ja ich wir waren im wandern bergauf ging noch alles gut nur luft und so war ein bisschen schwierig weil ich unsportlich bin und runter ja wollte der könig eine abkürzung nehmen ich wollte hinterher und dann bin ich gestolpert ja und dann ist schwarz okay mein kollege sache bei ihnen hängt bereits ein schmerztropf an mit schmerzmittel ist das korrekt das ist korrekt ja zweite der zweite schon glaube ich der wollte eben die wunden desinfizieren ist aber dann wieder weg gewesen genau das den part übernehme ich dann jetzt äh mal so eine frage gibt es irgendeine bestimmte stelle wo es gerade am meisten weh tut ob haben kriegen sie ordentlich luft ist es noch schwer mit der luft oder äh ja aber also brustkorb der tut schon noch also was heißt tut weh aber dadurch kriege ich weniger luft also ich hab das gefühl als würde irgendwas auf meine lunge drücken mhm und der rechte arm also der tut mir auch noch weh hat mitmachen mein kollege nehme ich an soweit wie ich das verstanden habe ich jetzt keine bildgebung gemacht so korrekt so korrekt also weiß ich nicht perfekt ja ne dann passt das schon okay ähm ich nehme an die dame gehört zu ihnen ja ja perfekt okay dann würde ich einfach kurz mit rüber nehmen ins röntgen mit ihnen meine vorsichtshalber eine aufnahme machen wenn sie sagen sie haben so so probleme mit der brust mit dem brustkorb dann gucke ich mir das einmal an ja ähm die dame müsste allerdings dann einmal kurz mit kommen denn sie müsste mir mal kurz assistieren und den schmerztropfen mit ihm daher bringen okay alles klar gab das so die schaffen das ist super wenigen weniges der mir heute mal hilft so viel dann danke für mir folgen ja hallo feuer hallo so einmal hier drauf hüpfen ja dann nehme ich den ihnen einmal ab oh bitte schön hängen den dankeschön hängen den einmal hier dran so ich ähm Brille am besten nimmt die dame ihnen einmal die Brille ab ja wenn man deine Brille magnetisch und so sonst hängen sie mir gleich an da oben ne ne das wollen wir nicht oh ja und den Koffer sollen sie bitte daheim lassen da haben sie mal recht ja willst du jetzt schon freiwillig hier bleiben ne und gerne also wir nehmen eigentlich grundsätzlich gerne Patienten auf nur dass schon einer freiwilligen mit seinem Koffer kommt naja ich weiß ja nicht ne ich würde gerne wieder nach Hause das wollte ich mir vielleicht Gedanken machen äh würde ich würde ich ihnen raten ja irgendwie was passt dann da nicht ja doch da passt alles ah so perfekt so ich leg einmal was unter den Brustkopf und einmal unter den Armen ja also einmal so eine Platte die einmal quer praktisch gesehen über den Körper geht mhm und dann gehe ich nur kurz rüber holen eine Bleischütze so 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 wird einmal unangenehm kalt oh so wenn was ist links neben ihnen ist ein Knöpfchen ich bin da drüben bei meinem Kollegen unterstütze meinen Kollegen beziehungsweise steht da drüben mal gucken wir nebenbei die Bilder an okay okay perfekt die können einmal mit mir kommen okay tschüss 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 Aieieieieiei ja aber wie gesagt mi girl der Clip kommt auf Youtube der ist ja mega geworden vielleicht hab ich sogar noch Lust unter die komplette Wanderung da hoch stellen 6 leute gehen wandern und zwei am hochgenau ist gut berg blüben kein thema nee der abgang war also das war echt müll für gotte aber ich habe noch gemeint ralf hat überlebt also ist nicht bewusstlos geworden ja michael wo bist du eigentlich warum hier kein fahrer dienst ist wieder am ark versunken oder wie wenn ich dachte du hilfst mir war von voller hoffnungen und so wenn die mir jetzt wieder sagen ich muss hier über nacht bleiben an die rei dokter courtes ne also dass die frau von courtes im himmel muss ich ja schon angst um mein leben haben wunderbar einmal die bleischütze wegnehmen einmal die kalte platte weg ja ein bisschen kalt ja nämlich einmal hier um den schmerztropf und dann können sie einmal mehr folgen ja sie können auch mitkommen es gibt die sogar rosane schieren schon an ja für die frauen immer nur für die frauen nicht für die männer ja ja wo sei sie auch eine schöne farbe den schmerz drauf über einmal da drüben bitte wieder dranhängen ja perfekt vielen dank werte schön gucken wir mal was war so schönes haben so ok also sie haben tatsächlich ja überwiegend nur prellungen okay es ist nichts frakturiert an frakturiert oder sonstiges ist tatsächlich eine prellungen bedeutet ich weiß ob sie das wissen prellungen sind grundsätzlich immer schmerzhafter als frakturen also fraktura also brüche jetzt mal so weil brüche ist praktisch gesehen passiert einmal und dann nie wieder ungefähr und prellungen sind halt dauerhafte schmerzen haben sie wahrscheinlich mittlerweile schon den zweiten schmerztropf dran und deswegen bei ihnen ist nur wie gesagt das problem dass bei ihnen drei rippen also weil es ihnen der halbe brustkorb geprellt ist also sagen wir mal wir gehen mal auf drei rippen runter das ist so das was ich aktuelle sehe ob es mehr oder weniger sind ist nicht ersichtlich aber preisens auf jeden fall deswegen wahrscheinlich auch schon jetzt zweite schmerz drauf weil sie können sich so vorstellen brüche eine schmerzskala auf ungefähr von 1 bis 10 eine 2 und prellungen eine 11 mit dreifachen doppelt plus sternchen ja jetzt weiß ich jetzt weiß doch warum der könig so heult wenn das wenn das schmerzhafter ist eine prellung es kann auch an es können auch frakturen sein weil frakturen und hat einfach am anfang extrem weh und man meint man hätte irgendwie messer im bein gekriegt aber im endeffekt nach einer weile wenn der ab wenn es adrenalin nachlässt bzw wenn man unter adrenalin steht merkt man es halt nicht also kann ich mir das so vorstellen natürlich eine kugel im bein ja bei ihnen ist es ungefähr so wie jetzt hätte sie drei mann eckw überrollt davon kann ich noch kein liedchen singen gott sei dank ja dann könnte sich das ungefähr dreimal so stark vorstellen okay also merken sie was der körper gerade mit ihnen ja also ich habe es wie gesagt luft ist schwer schmerzen also wir machen das jetzt wie folgt ich gehe kurz rüber holen schmerzhalbe dann hole ich das mittel zwecks der säubung von dem schiff und ich lasse den schmerztopf jetzt erst mal noch durchlaufen ich tue noch mal ein bisschen was mit dazu weil ich denke mal sie werden ja noch denke ich mal noch ein bisschen schmerzen haben ohne obwohl wir machen das mal anders da gelassen schmerzt drauf jetzt durchlaufen ja ich bringe ibuprofen mit maximal zwei stück am tag nehmen weil sie jetzt schon zwei schmerztropfen und dann gucke ich mal ob ich ihre prellungen erst mal mit einem stützverband zumindest so stabilisieren kann dass es nicht allzu sehr wehtut okay gut ich bin eben kurz zu nehmen an und wohl die ganzen sachen haben sie dann vielleicht trotzdem was für die übelkeit der kollega mit war schon was gegeben aber es wird nicht besser nicht dass jetzt bekannt ist sie haben nichts gegen pflanzlichen mitteln oder ähnliches ob das weiß ich nicht pflanzliche mittel mehr als chemie sage ich vorweg da klappt auch nur sie dran oh man ich fühl mich so richtig benommen die autos vom webbit musst du jetzt immer zusammenbauen kann die nur seelische unterstützung geben du bist schuld ich hab gar nichts gemacht ja eben du hast nicht auf mich aufgepasst jetzt schon auf dich aufpassen bist du ein kleines kind oder was ja siehst du doch außerdem hörst du ja nie auf mich also warum sollte ich dir da was sagen ja ok das stimmt auch wieder naja also nicht wundern ich habe eine etwas größere box mitgebracht da ist mein ganzes zeug drin ja ich wusste gerade sagen ja ich weiß sie ist ein bisschen größer aber die sieht größer aus als sie ist ok dann fangen wir erstmal mit den schiffen würde ich sagen ein bisschen nicht allzu sehr dran stören das dürfte gleich wieder besser werden ok dann fangen wir einmal an achtung wird jetzt einmal ein bisschen unangenehm bisschen kalt brennt ein bisschen und dann wird es ein bisschen mag ach mhm mhm ach so erst haben wir schon mal geschafft ok ich mach noch eben die zweiten oh gott sind das noch mehr mhm ne ich denke nicht ok danach kommt noch ihr brustkorb dran und dann dürften sie tatsächlich erstmal den mach ich dann den schmerztropf ab hol noch die ibuprofen obwohl die hab ich ja schon dabei ja ja ich hab ich schon dabei oh ich hab ich noch unten am so glück ok sonst hätte ich sie runter in die apotheke schicken ja und wenn es morgen nicht besser ist kann ich dann drei drei tabletten täglich nehmen mhm bereicht ja ja ok so Achtung das wird jetzt noch mal ein bisschen kalt ich nehme ihnen einmal hier was drauf ach ja ich denke mal sie kennen ja Voltaren oder so diclofenac oder sowas ja das kenn ich genau das schmiere ich ihnen grad auf davon kriegen sie auch die tube gleich mit ja dann kann die dame das äh ich weiß nicht in welchem zusammenhang sie stehen braun ok dann kann ihre frau das natürlich gleich dann heute abend noch mal wieder auftragen den verband abnehmen und dann ja ja mach ich so dann haben wir das dann hole ich grad noch den verband aus der box so so ich denke ich den auch nochmal drum damit wir ein bisschen stabilisieren können ja geht das so ja das geht so perfekt wenn es zu eng ist auf jeden Fall bitte sagen ne ja ne das ist ok gut so dann dürfen sie sich schon mal hinsetzen ok so jetzt gebe ich jemandem ein schmerz also ein pflanzliches Mittel gegen Übelkeit ja das hat so ein bisschen mehr können was es eigentlich aussagt mhm ähm ich kann ihnen das auch gerne mitgeben weil das ist nicht verschreibungswichtig das kann man so in der Bibliotheke kaufen das nennt sich Iberiogast ok ähm Iberiogast ist bald nicht gesehen ein Allroundmittel gegen Magenschmerzen Blähungen Völle Völlegefühl Übelkeit alles rum und dran was dazu gehört ahja ähm kann sich Tropfen davon im Wasser auflösen ein bisschen verrühren und dann ab damit in die Kehle jawohl so ich gebe ihnen das einmal so klappt soweit alles? dankeschön ja ja alles steht da ok wo ist Adam sind verschwunden? der ist nach unten ich meinte ohje so einmal einnehmen das dürfte in ein paar Minuten wieder besser werden ich würde noch in der Zeit noch so lange den äh Tropfen lassen ich würde mal eben gucken ob ich meinen Kollegen und dann komme ich wieder zu ihnen ja alles klar perfekt wenn noch Fragen sind ich bin ja hier ich komme dann nochmal zu ihnen jawohl soll ich noch sitzen bleiben kurz? am besten sitzen bleiben weil der Tropf hängt ja noch ach ja genau ach Gott da habe ich gar nicht hingeschaut ja dann bis gleich jawohl ja ja das ist wirklich das Beste ja wo bist du Michael? hallo hab mich extra hier ins Krankenhaus lieben lassen um dich zu sehen ne Spaß hab ich eigentlich echt nicht vor oh man bist du wieder auf ARK war? ARK unterwegs Dino-Szenen und so bin aber schnell überlegen ob ich mich nicht runterlade tatsächlich aber es waren 100 GB zwei Stunden Wartezeit oder eine Stunde waren es weiß nicht oder eine Stunde waren es weiß nicht oh man ach Schatz hm ich konnte das nur passieren ja wenn zwei Kinder wandern gehen halt ne Entschuldigung also ich fühle mich nicht wie ein Kind weil ich weine nicht so wie der Herr König da drüben ja ich weiß gar nicht mal ob der überhaupt noch da ist weiß ich auch nicht aber ich gehe davon aus weil hier laufen so viele in dieses Zimmer dahin wo er lag ach so ja ist eigentlich immer ein schlechtes Zeichen ja meinst du? wenn viele da rein laufen ist immer ein schlechtes Zeichen warte du meinst du soll ich mal fragen ob er schon gestorben ist? ach kannst du einmal gucken du kannst besser durch die Scheibe gucken weil du schließt den Weg sonst können dich fast sehen hallo ja 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 ich gehe mal kurz auf Seite dann kann ich selber gucken ob der da drin Entschuldigung ja oder ich sehe auf jeden Fall zwei drei Personen zwei also zwei Personen und eine Medic da ist da bei ihm hm aber ich weiß nicht ob er da drinnen noch liegt ja ja ach und was macht sie jetzt? ich habe das nicht gerallt meinst du? ja was sie jetzt macht sie kommen wieder das weiß ich aber warum geht sie weg? sucht schaut nach ihrem Kollegen und lässt den Tropf durchlaufen ah ok hier aha ich muss schon zuhören wenn dir die Ärztin was erzählt ja du weißt was ich von Ärzten halte ich gehe ungern ins Krankenhaus oder nehme Medikamente ja auch nicht ja auch nicht was alleine kommt vergeht auch alleine mhm immer ja na das stimmt oh schau dir mal in die Schultern an das sind jetzt auch zwei Narben man ja das hat auch einfach bei uns bleiben können ja nein ja nein wir wollten ja Juri überholen glaube ich so wie er das jetzt gesagt hat ja 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 ich dachte schon ich muss gerade brechen du aber alles gut Katzen wirklich mal Katzen nicht gesehen hast du noch was zu essen äh hast du was zu trinken für mich brüchten Wasser oder so ich hab äh glaube ich nur Cola oder so egal das darf ich bestimmt auch trinken ich sag einfach nicht dass ich Cola getrunken habe Cola hilft immer gegen Übelkeit oder so das stimmt war lecku dann gut bei mir zumindest ja lecku Mensch bei denen da drüben ist auch voll Action jetzt sind ja schon jetzt seh ich das schon ach da ist die die Ärzte wieder vorsicht muss ich hohes anbehalten so wie sieht's denn aus ja es wird langsam ja also hilft tatsächlich gut ich zieh ihn einmal grad den Zugang raus so ja einmal bitte drauf drücken mit dem Tupfer ja einmal hier krankschwister räumst du dann weg so mach ihn da noch ein Pflaster drauf perfekt so ähm dann können sie sich schon mal oder die Dame kann ihnen helfen sich schon mal anzuziehen weil ich denke mal wenn es jemand anders macht geht's besser ja tschuldigung alles gut und ähm dann werden sie tatsächlich zuerst mal von meiner Seite entlassen mhm sollte es schlimmer werden einfach nochmal vorkommen ok perfekt dann ähm wünsche ich Ihnen eine gute Besserung wie gesagt wenn noch mal was ist vorbeikommen und die Salbe bitte morgens und abends auftragen erst mal ok ok super wenn sie die Salbe suchen ich lege im äh im Platton sowohl als auch die Ibuprofen ok super hab ich hier nichts da reingelegt ja ok dann wünsche ich Ihnen was ne und passen Sie auf sich auf und nicht wieder irgendwo runterrollen oder sonst was ja das da werden wir bei der nächsten Wandlung aufpassen super perfekt ok ich bin Spaß ja ebenso ach ich wollte ach ich wollte doch fragen dass die Frau von Cortez ist ach man egal kannst du mir Hose anziehen und helfen? ja ok jo allein ist das schlecht ja mir stehen geht das glaube ich schlecht ja ok jo Daku T-Shirt Daku und Schuhe Cap und Muze bitte Daku ja Daku bereit ja bereit ja da hat man keine Probleme mit denen die hat man gut im Griff sowohl sowohl als auch ja ich hatte schon aufgedruckt um einen so schnell ok also nochmal was geht genau oh nein Schatz ja hau Ihnen auf die Schnauze ach jetzt kommt hier die Heulsuse oh weia hast du dein Handy dabei? äh ja warte warte kurz hier hast du 25 Dollar für Wanderschuhe du Arschloch du bist auch selber ausgerutscht mit Wanderschuhen und bist nur am rumweinen äh Fehler ähm ok wie geht's deinem Kopf? ja besser wieder ja was ist denn jetzt? ja du wolltest nur noch dein Mann schauen äh bitte glaub ich ja ja hab ich gesehen ah ok andere links weg die erste Tür links erste Tür links links ok wow es war die ganze Zeit auf aufgeschlossen wieso komm ich jetzt hier nicht rein? hallo? ich übertreibs nicht so jetzt aber was hat's geplatzt? ich wills nicht wissen so ihr Lieben ab nach Hause schlafen eieieieie da fällt's nun alles weg Kasper freizie wenn wir morgen wo beikommen ja das gleiche wieder ah war echt ein geiler Tag coole Ernährungsaktion von der Fahrer ähm das war was ich hab nie geglaubt dass wir das irgendwie überleben ähm aber naja ok Gott sei dank na also so oder so ich find's cool dass wir überlebt haben dass sie überhaupt diese Rettungsaktion gestartet haben dass sie sich das getraut haben und so weiter und dass sie da nicht aufgegeben haben dass sie die ganze Zeit weiter versucht haben aber ich hätt's auch verstanden wenn die gesagt haben ne wir müssen die leider für tot erklären alles gut aber ich muss sagen für das dass wir von da oben runter gestürzt sind hatten wir kaum Verletzungen also das war echt wenig nicht der PC wird sich jetzt aufräumen wenn er sagt ja Gott sei dank werd ich runter gefahren ne scheiß der macht so eine Wärme ich weiß noch wo ich bei meinen Eltern noch gewohnt hab da hatte ich dann hinter mir noch äh Greenscreen aufgebaut die Lampen ey mir ist das Wasser runter gelaufen ich bin dann teilweise ich hab dann den Sim teilweise pausiert bin schon duschen gegangen und kam dann wieder ja so krass war das bei denen und hab ich das ganze Zeit nicht gesehen egal oi 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 aber war ein schöner Abend ha? gehst du zu? na klar aber war doch ein schöner Abend oder? äh ja schon ja ja wir haben ja schon lange nichts mehr mit dem Drive gemacht deswegen hab ich gesagt ja können wir ja mitgehen eigentlich ach ja Schuhe ausziehen Entschuldigung hab ich vergessen so 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 dann gute Nacht Gute Nacht bis später jo tschüss bis später 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 bis später